Ich bin Simon, Mediamatiker im zweiten Lehrjahr bei EWZ. Das ist meine mitlehrende BA und heute wollen wir euch mehr über unseren Berufsalltag zeigen. Das Coole an der Mediamatikerlehre ist die Vielseitigkeit der Tätigkeiten und ein grosses Grundwissen von Videoproduktion, zu Fotografie bis hin zu Webdesign. Da lernt man wirklich alles, was für die berufliche Zukunft sehr viele Türen öffnet. Ich empfehle die Lehre denen, die sich in der digitalen Welt wohlfühlen und sich auch gerne mal kreativ ausleben wollen. Wenn man bei EWZ eine Lehre macht, hat man einen sehr flexiven Arbeitstag. Von kleinen Aufträgen allein zu grossen Projekten im Team, bei uns hat es alles. Als Mediamatiker braucht man Interesse am Lernen, weil jeden Tag ein anderes Erlebnis ist. Technisches Interesse und Kreativität spielen in unserem Beruf eine sehr grosse Rolle. Wenn euch der Einblick gefallen hat, werdet ihr jetzt bei EWZ als Mediamatiker oder Mediamatikerin. Netzwerk im Team Vielen Dank.